guten morgen meine lieben freunde das zweite mal besuche ich jetzt ein fitnessstudio gestern weg auch hier boosters ausgetrunken hier habe ich noch mein tiramisu und ich gehe sehr gerne immer mit dem smilodog bag trainieren hier immer meine kleine tasche und mein portemonnaie rein und meine airpod zum beispiel zack und jetzt geht das los leute ja die musik knallt der booster übrigens auch meine lieben bootster viele fragen immer ja was ist mit mpogee und so es geht bald los hier sind die labels in so eine richtung wird es gehen und natürlich auch alles vegan ausgesucht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt mein Lieblings-Neosabs-Produkt bei Nackt Hier Leute, ab morgen im Shop, Sleep Powder. Richtig, richtig gut. Ich habe das Produkt mehrfach getestet. Geil. Hier noch die neuen Energieriegel. Richtig geile Dinge, die ich euch ja wieder gewünscht habe, weil die echt gut waren. Richtig geile Dinge. Richtig geile Dinge. Ihr macht euch einfach 250ml Wasser rein. Es gibt ja auch Leute, wenn die so viel trinken, einen halben Liter oder so. Die müssen abends irgendwie pinkeln gehen. Das ist natürlich nicht so gut. Und dann das Sleep Powder. Schöner voller Löffel. Zack. Rein. Siebt auf. Wer hat, wer nicht. Auch nicht schlimm. Das ist nämlich gut löslich. Das ist die Kunst. Storys machen. Shaker zudrehen. Offene Hose. Man kennt die Leute. So. Einmal kurz schütteln. Puff. So. Und fertig ist das Landgericht. Und das geht so leicht runter und es schmeckt einfach gut. Ab morgen im Shop.